Musik Im Frühjahr hatte ich euch ja mitgenommen und wir hatten zusammen eine Tomatenscheibe eingepflanzt. Nun wollte ich mal zeigen, wie groß die Tomaten geworden sind. Schaut mal, die Tomate, die wächst jetzt hier in meinem Balkonkasten und die ist tatsächlich groß geworden. Und hier ist die erste rote Tomate. Also es funktioniert tatsächlich, wenn du eine Tomatenscheibe in einen Topf einpflanzt. Die werde ich wohl heute Abend ernten. Und hier drüben habe ich noch eine. Die ist auch, ich gehe mal ein Stück zurück. Die wächst hier in einem großen Behälter. Da sind jetzt auch lauter grüne Tomaten dran. Und ich denke mal, das dauert jetzt nur noch ein paar Tage, bis die rot werden. Also liebe Leute, es lohnt sich. Pflanzt doch einfach mal aus dem Supermarkt die Tomaten ein. Also eine Scheibe davon. Und schon hast du selber Tomaten für den Garten oder auch Balkon.